Zum einen machen wir an, dass wir viel später ansetzen. Es wird zwar oft als Startup-Plattform bezeichnet, es ist aber keine Startup-Plattform. Wir richten uns an Unternehmen, die schon fortgeschritten sind und in der brancheüblichen Nomenklatur sind es Wachstumsunternehmen. Also es gibt in der Regel ein Prototyp, es werden manchmal schon erste Gewinne gemacht, es ist ein gewisser Mitarbeiterstamm vorhanden, es ist eine gewisse Markttiefe schon vorhanden, aber jetzt fehlt eine Menge Geld und die beginnt in Deutschland schon mit einem zweistelligen Millionenbetrag um den Markt besser zu penetrieren und zu wachsen. Dort setzen wir an. Das heißt, Seed, Startup und alles, was davor liegt, ist außerhalb unseres Spektrums. Und da glauben wir, in dem Bereich gibt es wenig bis gar keine spezifische Plattform. Jetzt ist es auch so, dass diese Plattform ja sich als Netzwerk versteht und Netzwerk, da verstehen Sie ein bisschen mehr drunter, als nur einfach das Zusammenbringen der Akteure. Was muss man sich noch darunter vorstellen? Also wir nennen uns gerne Anbahnungsplattform, weil wir den unmittelbaren Kontakt herstellen. Das heißt, über unsere Plattform finden die Entscheider auf beiden Seiten unmittelbar, ohne lange zeitliche Verzögerung zueinander. Ob dann aber Geld fließt und der Erfolg einer Plattform oder einer Initiative wird ja letztendlich nur daran gemessen, wie viel Geld den Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, leistet die Plattform noch nicht. Das heißt, das findet alles außerhalb der Plattform statt. Was wir darüber hinaus noch bieten, neben dieser reinen Anbahnungsfunktion, ist, dass wir Roadshows organisieren für die Unternehmen, die dort gelistet sind. Da decken wir England ab, decken die USA ab, aber auch Deutschland. Und ein dritter Teil ist die Fortbildung, hätte ich fast gesagt, also den Education-Teil, dass wir aber gerade nicht in Form von Katheter-Vorträgen machen, sondern unser Modell ist, dass wir erfahrene Praktiker den jungen neuen Management berichten lassen, wie sie mit praktischen Problemen praktisch umgegangen sind. Das unterfüttert mit einem leichten dogmatischen Aufbau und wissenschaftlichen Aufbau, aber im Grunde Tipps von Praktikern für Praktiker. An wen Sie sich auf der Unternehmensseite richten, das ist relativ klar, aber wer sind die Investoren, die zu Ihnen kommen? Nur die, die Geld haben, die durch Ihren Track-Rekord bewiesen haben, dass sie schon finanziert haben und bereit sind, weiterhin zu finanzieren. Also wir wollen keine Investoren haben, die nur schauen, sondern wir wollen Investoren haben, die bereit sind und willens sind, Geld in die Hand zu nehmen. Jetzt ist es so, wenn man die deutsche Börse hört, wenn man den Begriff hört, wenn man da auch an Wachstumsunternehmen denkt, gerade bei Privatanlegern taucht da die Erinnerung auf an den neuen Markt. Was ist der Unterschied? Aus technischer Sicht hat Venture Network überhaupt nichts mit dem neuen Markt zu tun. Der neue Markt war börslicher Handel, war ein spezielles Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das alles ist Venture Network überhaupt nicht. Zu Venture Network beispielsweise ist eine reine B2B-Plattform. Privatanleger haben dort überhaupt keinen Zugang und insofern sind bei formaler Betrachtung eigentlich überhaupt keine Parallelen. Außer, dass eine gewisse Schnittmenge in der Perzeption bei den Unternehmen ist, die dort sind. Der neue Markt seinerzeit hatte auch viele Unternehmen, die wir heute als Wachstum- oder Startup-Unternehmen bezeichnen würden. Das mag vielleicht eine Gemeinsamkeit sein, ansonsten keine. Ist Venture Network ein Weg an die Börse oder ist es sozusagen der nächste Schritt? Das ist ja genau der Punkt in Deutschland. Wir sehen keine oder zu wenig Unternehmen in Anbetracht der Größe der Volkswirtschaft hier, die die Funktion Kapitalsammelstelle Börse erfolgreich nutzen. Das ist ja genau das Problem, was Herr Gabriel aufgegriffen hat, womit sich der Roundtable befasst hat und wo wir Venture Network als Baustein oder als unseren Beitrag zur Lösung dieser Strukturprobleme begreifen.